Es gibt digitale Werbung und es gibt Fahrzeugwerbung. Was wäre, wenn Fahrzeugwerbung digital werden würde? Man könnte das Motiv wechseln, ohne das Fahrzeug in die Werkstatt bringen zu müssen. Man hätte eine interaktive Werbefläche, wo man will, wann man will und bei welchem Wetter oder Verkehrslage. Ganz einfach. Mit integriertem GPS-Tracking wüsste man immer, wo seine Werbung gerade unterwegs ist und sogar, wie viele Leute sie gesehen haben. Es müsste ein Display sein, das Schutz vor Wasser, Frost und Stößen bietet und außerdem gut lesbar ist, auch bei starker Sonneneinstrahlung. Klingt unmöglich? Als erster Anbieter in Deutschland präsentieren wir eine neue Art der Kommunikation. Bus Ads Das weltweit größte E-Paper-Display für die Bus-Außenwerbung. Bestochen scharfe White Ultra HD-Auflösung hinter 6 mm Sicherheitsglas. Kontaktieren Sie uns jetzt für Ihre individuelle Bus Ads-Anzeige und werden Sie jetzt erfolgreicher mit Bus Ads.